Servus und das sind wir auch schon wieder zurück. Wir müssen die Folgen ein bisschen kürzer wieder machen. Wir sind schon wieder bei 17 Minuten gewesen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallöchen! So, weiter geht. Die Expansionstour. Rohstoffe suchen. Da. So, den haben wir abgeschnitten. Ich hoffe, der hat nie wirklich viele Steine. Und mit dem Turm sollten wir es dann erstmal gewuppt haben. Können wir hier noch ein paar Wachtürme ranhauen. Ich konzentriere mich vor allem jetzt erstmal darauf, hier auf der Insel alles zum Besten auszubauen. Ah, Steine aber. Er kann ja schon Truppen ausbilden, so wie es aussieht. Also Platz muss er haben, wie es aussieht. Der Trüben müssen wir vor allem frei machen. Und jetzt ist er, wie es aussieht, dass du wieder so gut machen kannst. Und jetzt bin ich jetzt mal. Ja. können wir auch noch ein paar von den geologen mit hier hochschicken da suche sourcen jetzt gucken wir uns mal schnell um hier müssen wir auf jeden fall auch weiterkommen goldschmiede auch auf jeden fall hier unten hinten auf jeden fall noch ein bildings wenn ich glück habe habe ich hier abgeschnitten abgeschnitten meine truppen will ich aber hier nicht unbedingt macht mal los freunde und 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 Das war's für heute. es geht jetzt hier und jetzt so führen und Oh Vielen Dank. Düt, düt, düt. Schweineform. Ah, ist überall kein Platz. Was ist das denn? Wir müssen jetzt erst mal produzieren. Wasserwerk werden wir auch brauchen. Das ist halt nur ein ganz freies Land, das ist das Problem. Wir müssen ja erst alles runter walzen. Sollen wir noch mehr Kohle? Ja. Sollen wir auch mal gucken. Weitersuchen Freunde So ist das okay Oh muss ich jetzt anfangen allerdings zu basteln drei der form du hast halt nirgends platz weil alles zugewurrt ist ja scheint irgendwas zu fehlen hier also hier drüben ist gold die blöde das stück land hier unten erholen tut 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 Ah, das ist das Fertzgebäude. 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 Ah, das ist das Fertzgebäude.